Nightingale könnte der bereits nächste Survival Hammer werden. Der Clou in diesem Spiel, ihr reist durch Portale in verschiedene Welten und craftet, baut und kämpft euch dann dadurch. Ich durfte nun ein paar Tage vor Early Access Release eine Vorabversion zocken und hab hier meine ersten 10 Stunden für euch zusammengefasst. Viel Spaß! So, also das ist das Portal. Das ist die Einwählmaschine. Weltenkartenmaschine öffnen. So, und dieser Puck hat uns gerade diese Waldkarte gegeben. Das ist eine Biomkarte. Und das ist eine Nebenweggkarte. Oder wie so ein Modifikator nochmal für dieses Biom. Ey, ich bin super gespannt, Leute. Ich hab nur den Trailer gesehen und mir kurz die Beschreibung durchgelesen. Fliege, Rohan. Die Fienden haben deinen schmerzenden Stensch. Na gut. Okay, Reise und Fortsetzen. Oha. Sieht das gut aus, ey. Und das ist ja so ein bisschen der Clou in diesem Game anscheinend, dass man dann so diese Reichskarten, dass man die irgendwie freischalten kann. Kann ich jetzt hier einfach Sachen aufheben und so, weil im Grunde ist es ja ein Survival-Game. Kommt dich selbst among the fortunate few, who managed to flee the pale, noxious proliferation. Er gibt uns jetzt ein Handbuch und eine Taschenuhr. Erstmal zur Einführung. Und ihr wisst, ich bin ein ganz großer Fan davon, wenn die Sounds so richtig high-class sind. Die sind richtig gut in diesem Spiel. Also bisher zumindest. Das ist großartig. Ja, und ansonsten ist das so ein bisschen wie Stargate oder so, oder? Also, dass wir dann uns in verschiedene Reiche dann immer einwählen können und dort dann... Mal gucken, ey. Ich bin super gespannt. Nebenhandgegenstände. Sie können kleine Gegenstände wie Nahrung und Fackeln in ihrer Nebenhand halten. Mit F. Können wir das dann zu uns nehmen. Ah, so war ich die Bäre A rechts oben. Ich habe die Bäre gerade aufgehoben. Jetzt esse ich sie. So, sammeln sie in der Umgebung so viel sie können, um ein Lagerfeuer errichten zu können. So, und das muss man jetzt noch dazu sagen, Leute. Das Game kommt ja jetzt bald in den Early Access. Und das hier ist noch eine Version, die ist irgendwie so ein Monat älter als die Early Access... Ach, Mann. Und die Version ist ein Monat älter als die Early Access-Version dann sein wird. Aber das macht ja schon mal einen richtig guten Eindruck. Das könnte wirklich der nächste Banger werden. Wir werden gerade wirklich zugeballert mit guten Games, habe ich langsam das Gefühl. Das da hinten scheint das nächste Portal zu sein. Und wie gut sieht wieder das Wasser aus, ey. Da haben wir noch Steine. Die können wir aber noch nicht abbauen, da brauchen wir eine Spitzhacke. Also hier würde ich fühlen, eine Base zu bauen. Oh, sieht das gut aus. Ich weiß gar nicht, welche Engine das ist. Ist das an wie Engine 5 oder so? Ich habe keinen Plan. So, hier brauchen wir eine Axt. Wir müssen noch Steine sammeln. Stöcke habe ich schon genug eingesammelt. Und Ruhe Bären müssen wir noch. Okay. Okay, Release ist am 20.02. Geht Early Access los. Ich weiß gar nicht, ab wann ich dann streamen darf. Müssen wir mal gucken. Weil, wie gesagt, ich kann jetzt auch erstmal nur begrenzt spielen und so. Mal schauen. Aber spätestens am 20.02. wird das Game übelst gespielt, ey. So, aber jetzt gehen wir erstmal rein. Verschaffen uns erstmal einen Asteindruck, okay. Mal gucken, vielleicht ist es ja doch kacke. Aber es sieht gerade halt nicht so aus. Aber ich will hier eine Base bauen, Anna. So, einen Stein brauchen wir noch. Und noch mehr Ruhe Bären. Okay. Ich habe ja noch langsam die Sonne unterzugehen. Da ist ein Bärenbusch, oder? Ja. Und wir brauchen noch einen Stein. Hier sind Steine. So. Errichten Sie ein Lagerfeuer. Ja, die Stelle ist ja eigentlich erstmal gut, ne? B. Herstellen, Grundlagen, reparieren. Lagerfeuer, Klasse 1. Sechs Steine brauchen wir dafür. Hier sind die Rezepte. Wir können Roasted Berries machen. Ja, die Lokalisierung ist noch nicht komplett fertig. Ich kann mir ja auch vorstellen, Early Access, dass da schon weiter ist. Weil sowas geht ja mittlerweile relativ schnell immer. So. Ressourcen automatisch hinzufügen. E. Hätten wir. Kochanleitung. Bauten wie etwa das Lagerfeuer können zum Kochen und zum Verbessern und Herstellen von Gegenständen benutzt werden. Okay. So, Brennstoff. Ich denke, wir werden das jetzt einfach so raffen. Brennstoff hinzufügen. Ich werde jetzt einfach mal Stöcke reinhauen. Kann ich das irgendwie splitten? Umschalt, um Gegenstände aufzuteilen. Ja, keine Ahnung. Dann machen wir sechs Stöcke rein. Anzünden. So, das läuft. Auslöschen. Anzünden. Und, ah, hier, Gegenstände herstellen. Genau. So, und jetzt können wir hier Roasted Berries machen. Jetzt würde mich mal eine Sache interessieren. Schaut mal. Okay. Es ist schon wieder dieses Buff-System, was wir auch aus Entschraudelt und Valheim und so kennen. Zumindest wirkt das gerade so. Guck mal, maximale Ausdauer wird erhöht, wenn wir die zu uns nehmen. Gesundheitsregeneration hält für 300 Sekunden, also 5 Minuten. Okay, alles klar. So, gut, dann machen wir mal Roasted Berries. So, rein da. Fünf rohe Beeren. Das ist einmal Roasted Berries, wie es aussieht. Herstellen. Ach, keine Ahnung. Mich holt das Game gerade jetzt schon ganz schön ab, muss ich sagen. So, essen Sie die gebratenen Pflanzen. Let's go. An die F. So, hätten wir. Hey, Puck. Ich hab gebratene Beeren gegessen. Neue Entdeckung Mixed Plants. Ja, also wahrscheinlich können wir dann einfach mit Zutaten noch mehr Stuff machen und so, ne? Ah, guck mal hier. Gebratenes Fleisch haben wir freigeschaltet. Hier ist Mixed Plants. Und da haben wir dann, genau, mehrere Slots. Okay, aber wir haben aktuell nicht die Zutaten. Ah, you've avoided Embarrassment by staving off Starvation. So, ja, überleben wir einmal. We must carry forth whilst this byway is aligned with another. Das ist nur ein Nebenweg, diese, diese Welt hier. The portal stands nearby. Ja. Delay not, for the withering sands await. Ah, okay. Wir, wir sollen jetzt das Portal nehmen und wenn ich, dann ein Wüstengebiet oder so. Ich mach trotzdem das Feuer aus. Auch wenn's nur ein Nebenweg ist. Schade. Aber ich geh mal fest davon aus, dass irgendwie so ein Waldbiom auch als größeres Reich dann irgendwie existieren wird. Ich, ich, ich mag sehr, sehr dolle die Grundidee, ey. Mal gucken, wie wir dann auch diese Maps freischalten, wie viele verschiedene Biome es da schon gibt und, ach, keine Ahnung. Und ich hab mir auch schon den Trailer, so das Kampfsystem, sah da vom Gameplay und allem auch schon sehr, sehr geil aus. Bin ich sehr gespannt drauf. Mal gucken, wie weit ich jetzt hier noch reingehen kann und darf und wie viel das jetzt schon bietet und so. Wir gucken mal. So, ich nehm hier noch alles mit auf den Weg zum Portal. Wir müssten jetzt ja theoretisch ne Wüstenkarte von ihm bekommen haben, wenn ich i drücke. Rucksack, Weltenkarten. Ja, genau, hier. Wüstenkarte hab ich eine. Genau. Essenzen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Das werden wir aber, denke ich, noch rausfinden. Also so mein Stargate-Herz, ne, das springt da schon ein bisschen höher. Gerade jetzt, dass das jetzt hier so fest integriert ist in dem Game. Weltenkartenmaschine öffnen. So, und dann haben wir jetzt hier die Wüstenkarte rein. Hätten wir. Und hier haben wir wieder eine Nebenwegkarte. Spielen Sie diese Karte, um eine kleine vorübergehende Welt zu suchen. Okay. Das sind einfach nur, ah, okay, wenn ich Nebenwegkarte mache, dann ist es einfach nur ein kleineres Wildnisgebiet anscheinend irgendwie. Also wie gesagt, es sind irgendwelche Modifikatoren. Aber so lernen wir halt so erstmal das Game. Und ich bin gespannt, wie groß dann die Reiche wirklich sind. Ich wäre aber erstmal hier geblieben, hätten wir eine Base gebaut. Aber ey, das machen wir hoffentlich dann bald. Ey, die Sound sind so gut, alle. Was geht? Hey, Puck. Summer runs through my being, as blood runs through yours. Ja, wir sollen der Hetze trotzen. Whether this pleases or not. Without shelter and the means to defend it. Während er jetzt nach dem nächsten Nebenweg für uns sucht, sollen wir uns Shelter machen. Und da ist er auch schon wieder weg. Na gut, da sind wir am Wüstenbiom. Aber es ist ja auch nur wieder ein kleiner Nebenweg. Also wieder nur so ein kleines Reich. Und wir haben hier Hitze. Hier haben wir Hitze. Hier haben wir Schatten auch. Oh, hier sind Tiere. Ich kriege auch so wirklich so ein bisschen No Man's Sky Vibes. Schaut mal da hinten. Ich habe Hunger. Schauen wir mal eine Beere rein. Gönnt ihr? Okay. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir die platt machen, dass wir dann Holz bekommen. Ich weiß es aber nicht. So, wir müssen mal schauen wegen der Hitze. Wahrscheinlich sollen wir deswegen das Shelter machen. Aus Stöcken. Ich habe ja über zwei Stöcke gesammelt. Das sollte ja überhaupt kein Problem sein. Moment. B. Lagerfeuer überleben. Zelt ausstöcken. Platzieren. So. Okay. Und jetzt einfach Sachen hinzufügen wieder. Und da steht das Ding. Und Schlafsack haben wir freigeschaltet. Stellen Sie einen geschützten Schlafsack her. B. Ausruhen. Schlafsack. Können wir auch direkt machen. So. Nur noch so aus Interesse. Ah, Hitze ist jetzt hier runtergegangen. Ne. Wenn wir jetzt hier draußen stehen. Geht's wahrscheinlich. Die sind auf jeden Fall friedlich. Geht die Hitze wieder nach oben. Und hier haben wir Schelter nach unten. Okay. So. Ausruhen. Verhältnis von Ausgeruhtheit und Ausdauer. Wenn Ihre Ausgeruhtheit zu niedrig ist, verlieren Sie Max Ausdauer und sterben. Wenn diese Null erreicht. Okay. Also müssen wir uns regelmäßig schlafen legen. Ansonsten ist da mal irgendwann bei Null und dann rippen wir. Die Dauer von Ausgeruhtheit erhöht sich mit dem zunehmenden Komfort. Okay. Also es gibt auch wieder ein Komfortsystem. Desto schöner die Base, desto mehr ist Damm-Bonus. Aber find's gut. Ich mag das System. Annehmlichkeiten wie Lichtwärme und Einrichtungen erhöhen die Komfortstufe. Ich finde das ist eigentlich total geil, das System. Also lohnt es sich die Base hübsch zu machen. Das hat halt dann auch einen Gameplay-Effekt. So. Ausruhen 21 von 100. Wir sollen rasten. Dann machen wir das mal. Gedrückt halten. Kurze Ruhezeit. So. Und jetzt sollen wir Werkzeug herstellen. Gut. Das geht Schlag auf Schlag hier. Herstellen. Primitive Gegenstände. Provisorische Fackel. Wupp. Dann die Holzachst. Moment. Moment. Die will ich mal eben ausprobieren. Bam. Eine rechte Maustaste. Okay. Es gibt auch Parry. Ey. Ich bin so auf das ganze System noch gespannt. Weil wie gesagt. Das sah im Trailer echt ganz ganz nice aus. Mal gucken. So. Aber die brauchen wir ja gar nicht. Die Baumstämme. Ich stelle mal noch her was geht. Herstellen. Sichel. So. Jetzt brauchen wir Steine. Wahrscheinlich auch da noch ein bisschen Fasern oder so. Hier sind Stöcke. Dahin sind Steine. Eine Spitzhacke wäre gut, ne? Hier sind noch Steine. Reicht das für eine Spitzhacke zufällig? Sicher. Jagdmesser. Okay. Dann machen wir erstmal einen Bergmannspickel. Erstellen. Jagdmesser geht auch schon. Uh. Habe ich schon alle gemacht? Nutzen Sie Werkzeuge, um bessere Ressourcen mit speziellen Qualitäten aus der Welt zu ernten. Stellen Sie Werkzeuge höherer Stufe her, um aus Ressourcenknoten höhere Stufe ernten zu können. Jedes Werkzeug verursacht Schaden einer bestimmten Art. Kreaturen haben Schwächen und Widerstände im Hinblick auf verschiedene Schadensarten. Ja, das ist mir nämlich auch schon aufgefallen, wenn ich i drücke. Schaut mal hier. Wir haben jetzt hier auch richtig ausführlich Stats und so weiter. Was ich sehr, sehr cool finde. Hier haben wir Resis, dann Blockeffizienz, Tarnungswertung, Distanzschaden mal eins, Nahkampfschaden. Also, weiß nicht, ob es hier dann irgendwie auch einen Skilltree gibt oder so. So, na, gucken. So, Puck, was geht. Puck ist nur so mittelzufrieden mit uns. Okay, durch Dreck und Sumpf. Okay, das scheint jetzt in ein Sumpfgebiet zu gehen. Und dann ist er wieder weg. Okay, jetzt müssen wir das Portal finden. Lassen wir raus aus dieser Hitze. Ich gehe nochmal ganz kurz in meinen Shelter. Da hinten ist es. Ey, das erinnert mich gerade von der Optik massiv an No Man's Sky. So mit den roten Blättern, mit dem roten Lauf, dem roten Gras und so hier. So, okay. Und der Wärme passt wieder. Die Fliege sind auch abgefahren. Aber ich will jetzt nicht gegen die kämpfen erstmal. Das machen wir dann wahrscheinlich sehr bald schon. Da irgendwelche Wesen verkloppen. Ach, schaut mal da oben hier. Aber da könnte das Portal sein, oder? Da hinten. Was sind das für Dinge? Hey, das Design ist schon ganz schön abgefahren. Das hat ja alles so einen übelsten viktorianischen Touch irgendwie, ne? Aber ich meine, das ist ein sehr unverbrauchtes Setting. Das ist, äh, ich finde das schon ganz cool, muss ich sagen. Oha. Habt ihr gehört? Ich frage mich, ob man die auch tamen kann irgendwann. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da hinten ist das Portal auf jeden Fall. Was machst du? Oh, der hat gerade den Stein zerlegt. Holzbindel aufheben. Oh, wir sind übernaden. Okay, das ist cool. So, wir müssen bei Last los werden. Ich kann das auch extrahieren. Da kriegen wir Essenzstaub. Ich mach das einfach mal. Ich hab noch keine Ahnung, was uns das bringt. Aber vielleicht brauchen wir das dann zum Skillen oder so. Das könnte sein, ne? Die Holzbindel würde ich auch mal extrahieren. Haben wir das jetzt irgendwo? Hier haben wir Essenzen. Zwölf Essenzstaub habe ich. In allen Dingen, lebendig oder nicht, findet sich Essenz. Diese fundamentale Magie kann extrahiert und genutzt werden, wenngleich das, was übrig bleibt, nur ein Bruchteil des ehemaligen Ganzen ist. Okay. Finde ich geil, dass ihr die Steine zu kloppen habt. So, dann auf zum Portal. So, was haben wir denn jetzt für eine Karte bekommen? Ja, eine Sumpfkarte. Okay. So, rein da. Teuer öffnen. Na gut. Tausend mehr. Ey, Puck. Kann das sein, dass hier irgendwie jedes Gebiet total fantastisch aussieht oder so? Ich finde das krass. Ich hoffe, das bleibt so, ey. Das denken wir, wie das dann Bock macht zu erkunden und so. Und sich was aufzubauen. Wenn nicht für Astaroth's Decree, dieser Weg wäre es so einfach wie Pich Pie. Die gebundene Greifungen, die mit dem Temporal-Realmen verbundenen greifen wir uns dann an. Okay, also werden wir uns noch das Kampfsystem eingeführt. Gut, ich gönne mir erst mal eine Bäre. Sieht in die Fackel eigentlich aus. Ah, okay. Jetzt raffe ich das, ne? Also, linke Hand, rechte Hand. Und deswegen ist auch die Quicksalot so aufgeteilt, wie sie aufgeteilt ist. Erlangen Sie aus getöteten Wesen nützliche Ressourcen. Knochen und Fell. Okay. Können wir schon irgendeine Waffe craften? Ansonsten muss ich halt mit der Axt drauf gehen. Hier steht es auch, Nahkampfschaden, Axt 19. Ne, das ist die Axt 30. 19. 35. Jetzt kriege ich das Schaden. Tatsächlich ist der Bergmannspickel besser als die Axt als Waffe, so wie es aussieht. Okay, dann machen wir mal so hier. Gut. Gucken, ob wir noch ein paar Bären reinbekommen oder so. Das sind alles Pflanzenfasern, die wir hier kriegen. Ich werde nochmal gucken, wie das ist, wenn wir jetzt einen Baum fällen. So, wie sich das anfühlt. Also wir haben auch Damage-Meldungen, bin ich immer ein großer Fan von. Okay, alles klar. Ich frage mich, ob man hier auch sterben kann, wenn der Baum auf den Kopf fällt. Sammeln. Hier ist eine Pfütze. Ich bin übernastet. Das ist jetzt halt geil. Wir können das ja einfach extrahieren, den Stuff. So, Holzbündel genauso. Okay, was auch immer wir dann damit machen, wir werden es ja sehen. Ich muss wirklich sagen, ich bin ganz schön geflechtet, so was den ersten Eindruck angeht. Ey, wie geht es euch? Schreibt es mal wirklich rein, ey. Also geht es euch genauso gerade? Oder geht es nur mir so? Was sieht die Welt voll aus, Mann? Wo haben wir hier Raubtiere da? Oh, oh, er greift mich an. Okay, ich will mal das per Wii ausprobieren. Oh, ich kann mal nur noch 64. Okay, mit Lebensanzeige. Hab ich einen Schaden bekommen? Ja, ich krieg Schaden. Ist aber fast tot. Okay, ich hab's. Krass, wir haben nur noch 27 Leben. Okay. Jetzt haben wir hier Leich, Raubtier Klasse 1. Hier haben wir Knochen, die brauchen wir. Und Fell. Okay, zwei Stück muss ich noch erledigen. Okay, keine Ahnung, was das ist. Ah, Wasserspinat ist das. Moment, da würde ich mal eben was draus kredenzen wollen. Haben wir noch mehr hier? Hier ist auch noch so Wasser. Hier ist auch noch Spinnat. Wasserspinat, wie abgefallen. Ich bin ja großer Spinnat-Fan. Spinat. Ich weiß, ich sag immer Spinnat. Das ist... Da spricht der Leipziger aus mir. Spinnat. Oh, Krankheit? Nein, nein, keine Krankheit bekommen. Okay, krass, wenn wir zu lange im Wasser sind, wären wir krank. Macht Sinn. Auch wenn es sehr schnell geht. So, ich mach mal eben den Campfire. Herstellen. Hätten wir. Brennstoff hinzufügen. Nicht so viel bestätigen. Anzunken. So, dann hier oben herstellen. Mixed Plants. Wenn ich noch Beeren hätte, könnte ich das wahrscheinlich mit Wasserspinat mischen. Habe ich aber leider nicht. Aber wir können Fleisch braten. Genau. Let's go. Herstellen. Aber wir haben da nochmal, ne? Ja. Herstellen. Ich bin ein witziger Fan von diesem Effekt. Gegenstände sammeln. So, auf der Acht habe ich das jetzt. Ich will nur gucken, was mir das bringt. Uh, 38 maximale Gesundheit. Das haue ich mir jetzt rein. Wie lange hält der Buff? 720 Sekunden. Also über 10 Minuten. Okay, dann essen. Oh, der Fleisch rein. Moment. Ich brauche unbedingt einen Bogen oder so. Oder werde ich mich besser fühlen. Ich freue mich, ob es hier auch einen Dodge gibt oder so. Kennst du da mehr? Okay, aber man kann einfach zur Seite strafen. Das geht auch. So, den hätten wir. Sehr gut. Dann gibt man noch ein bisschen mehr Fleisch rein. Okay, wir haben zwei Knochen, zwei Fell. Also einen brauchen wir noch. Unser Leben geht gut nach oben gerade, was sehr angenehm ist. Es gibt hier auf jeden Fall einen Stealth-Modifikator. Ich glaube, wir müssen Stealth-Damage machen, wenn es mir gelingt. Wir haben jetzt 88 Leben. Das ist ein bisschen angenehmer. So, das sind zwei. Au. Aber wir haben nicht so viel Leben verloren. Uh, war das ein Headshot quasi? Das klang irgendwie so anders. Ja, 59 Schaden. Au, krass, okay. Also für Survival-Game fühlt sich das Midi gar echt nicht schlecht an. So. Okay, wir hätten es. Den würde ich aber auch noch abbauen. Provisorische Kapuzen-Pelerine. Okay, wir können anscheinend eine erste Rüstung machen. Nehmen wir auch noch alles mit hier. Provisorische Kapuzen-Pelerine. Okay, dafür haben wir die drei Fell gebraucht. Einen Bogen kann ich noch nicht machen, leider. Ah, hier. Kapuzen-Pelotine. Extrahieren, ausrüsten. Jetzt habe ich es ausgerüstet. Bringt uns deutlich mehr Widerstand und elf Gesundheit. Und hier noch fünf. Okay, jetzt sehen wir so aus. Gut, wir sollen jetzt Heilsalbe nehmen und gebratenes Fleisch nehmen. Den ist hier so ein Vieh. Geist so nice, den Kopf zu treffen. Wir müssen mit der Spitzhacke. Oh, Ausdauer ist niedrig. Kerben. Ich muss wirklich sehr auf sein Starmina achten. Nein, heftig. Wir müssen dann noch gleich was essen. Oh, Steine. Ah, theoretisch kann ich das einfach mit der Spitzhacke. Ich weiß nicht, ob ich hier drauf hauen kann. Hier kann ich drauf hauen. Okay, sehr gut. Das ist aber jetzt Sandstein gewesen. Zählt das als Stein für das Lagerfeuer? Ah, okay. Sandstein zählt als normal Stein. Gut. Gegenstand herstellen. Heilsalbe. Dafür brauchen wir Knochen und Fasern. So, und Fasern rein. Machen wir gleich fünf Stücke. Brennstoff vorweiten. Bestätigen. Anzünden. Okay. Fliesen. Herstellen. So, das läuft durch. Danach muss man noch ein bisschen Fleisch braten. Gegenstände nehmen. Gebratenes Fleisch. Acht Stücke. Können wir herstellen. Ich liebe diesen Sound. Das ist hergestellt, weil ich finde das super. Was ist bloß los, ey? Ey, erst Entschrouded. Davor war ja noch Pale World gewesen, was ich auch im Livestream ein paar Stunden sehr, sehr geil fand, wo ich irgendwann auch noch ein bisschen mehr reingehen will. Dann Entschrouded, was übrigens krass ist. Und jetzt Nightingale hat irgendwie das Gefühl, das Game wird auch krass. So, ich wollte den Stuff nehmen. Krieg ich einen Sammeln. So, der ist noch nicht fertig, oder? Der ist noch dabei. Okay. So, und Gegenstände sollen wir reparieren. Ah, dafür brauchen wir Senzstaub. Okay. So, hätten wir. Ich hoffe trotzdem, dass man irgendwie auch leveln kann, oder so. Ne, mal gucken. Okay, wir sind durch. Ich drücke die, dass man nie gemacht hat, dann müssen wir eine App drücken. Wow, wir dürfen uns jetzt ein Biom auswählen erst mal. Na, dann auf jeden Fall Wald. Ich stelle mir einen Wald vor. Wir sollen jetzt das Portal aktivieren. Und müssen uns aber auf den Kampf vorbereiten. Wie schnell ist denn die Axt? Ist die irgendwie schneller als die Spitzhacke? Dann machen wir so. Okay, alles klar. Wir sollten trotzdem die Axt nehmen. Weil die macht eine richtige Kombo. Zumindest so ein bisschen im Vergleich zur Spitzhacke. Dann machen wir jetzt so hier. Okay, damit lässt sich besser kämpfen. Die Spitzhacke macht zwar mehr Schaden. Von Stats her. Aber jo. So gut, wir sollen zum Portal. Ähm. Jetzt ist die Frage, wo das ist. M. Hier ist das Portal. Das heißt, in der Richtung ungefähr. Das wird mir aber nicht im Radar angezeigt, obwohl ich tracke. Okay. Aber über die Map geht es ja auch. Ich muss auch sagen, fühlt sich alles sehr gut an. So, auch wenn man springt und so. Das ist vom Feeling wirkt das alles schon super rund, muss ich sagen. Okay, wir probieren den mal mit der Axt, Leute. Ja, es geht viel, viel besser. Viel, viel besser. Weil man wirklich eine Kombo macht. Okay, alles klar. Ich würde mal ganz kurz hier hochgehen, aus Interesse. Moment, was ist das? Hoffnungsecho freisetzen. Die Sounds. Der Schleier zwischen uns. So, hier sieht man aber auch, dass die noch nicht sonderlich groß ist, hier. Diese Nebenwelt. Das ist wirklich nur eine kleine Insel. Wir können aber noch höher. Oh, hier ist eine Truhe hier oben. Einfacher Schirm. Dieser dünne Strohschirm ist ein Produkt der Verzweiflung, welches die Menschheit in diesen Tagen weithin heimsucht. Er hält den Regen ab, aber auch nicht viel mehr ist das. Oh, ich dachte schon, wir können damit fliegen. Was ist das? Heilsalbe, primitiv. Können ja die Heilsalbe eigentlich schon. Da ist irgendwas drauf. Oh, oh, nein, 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 nein. Runter. Ich habe Leertaste gedrückt. Da ist die, der zurückgekleidert gerade. Was ist denn, wenn ich jetzt hier ausrüsten mache? Dann ist das in der Nebenhand. Okay. Ja, mal schauen. Vielleicht, wenn es regnet oder so. Wie werden wir so mal... Es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt keinen Fallschaden bekommen, oder? Moment. Aber ich bin halt echt geneigt, mit dem Schirm mal runter zu... Hör auf damit. Ne, ich lasse es aber. Ich bin beziehungslos, dass wir sterben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser kleine Schirm ausreicht, dass wir nur langsam runterfliegen oder so. Schindeln, Hartholz. Was ist das? Bauholz. Also Baseball geht ja auch, ne? Und hier Infusion der Bosheit. Au, 5% mehr Nachkampfschaden. Hier ablegen. Extrahieren, Anwenden. Sie verfügen nicht über die Fähigkeit, Infusionen anzuwenden. Okay, na, mal gucken, wohin das noch geht. Vielleicht gibt es da doch wie so ein Art Skills System oder so. So, ich mach wieder runter. Das Portal ist in der Richtung da. Uh, es fängt an zu regnen. Mal sehen, ob nass weggeht, wenn ich jetzt den Regenschirm... Yo! Okay, alles klar. Also, es ist einfach ein Regenschirm, aber ich schütze uns vor Regen. Weil wahrscheinlich, wenn wir zu nass sind, wie vorhin im Sumpf, dann wären wir krank. Und so wären wir nicht krank. Ey, dieses Geräusch, ne? Ich fühle es so mit dem Overweight, aber es ist halt so geil, dass man jetzt hier einfach alles extrahieren kann. Und dann kann man das für andere Stuff benutzen. So fühlt sich das alles nicht so useless an. Die Steine behalte ich mal. Den Blattspinnert behalten wir auch. Ey, Wasserspinnert. Das ist ja Wasserspinnert. So, das Portal ist hier. Wir müssen uns jetzt auch auf jeden Fall auf den Kampf vorbereiten. Nein, bitte. Nein. Okay, also die Axt ist bedeutend besser, als ich mir sage, so Kevin. Oh nein, das ist noch einer. Es lohnt sich massiv auf den Kopf zu gehen. Oh, ich freue mich schon auf die Range-Waffen. Und irgendwie gibt es auch Magie und so und Stuff, glaube ich. Also mit Slow-Trailer. Nehmen wir alles mit hier. Ich hoffe mal, dass wir das alles behalten dürfen. Wenn es dann jetzt in die wirklich offene Spiel reingeht, da. Hier ist noch ein Hoffnungsecho. Der Schleier zwischen uns. Überlegung am Ende der Welt. So, ich scrolle runter, wer Interesse hat, das jetzt schon durchzulesen. Gut, dass wir einen Regenschirm haben. Das ist Niesel gerade. So sind wir geschützt. Das ist angenehm. So, Waldkarte. Ich hoffe, die Map ist dann deutlich größer. Schwebe-Karte. Was macht die Schwebe-Karte? Spielen Sie diese Karte, um eine Welt mit geringer Gefahrenlage zu suchen, die sich für den Bau eines Anwesens ereignet. Das klingt gut. Okay, öffnen. So, Leute. Jetzt haben wir aber attackt. Zumindest war das die Ankündigung vorhin. Bleib vigilant, während die Welt alignen. Doch nicht. Ich darf immer jetzt angegriffen. Na gut, ich gehe durchs Portal. Oha. Immun. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ah, die halten nicht viel aus. Immer schön auf den Kopf gehen. Und ich muss auf Starm achten. Wir auch. Ich will unbedingt eine Range-Waffe haben. Ich habe Spock drauf. Melee ist aber ganz geil trotzdem. Krass, der wurde sogar ein bisschen gestackert, weil ich den Kopf getroffen habe. Kommt noch mehr? Oder war es das schon? Bei dem würde ich noch mitnehmen. Oh, oh, da kommen wir mehr. Ganz ruhig. Bin wir schön auf den Kopf? Hätten wir, hätten wir. Hätten wir auch. Ey, das macht doch schon irgendwie Bock. Die kann ich nicht abbauen. Aber die tropfen Sachen. Borsten. Faden. Gebundene Borsten. Nochmal Borsten. Okay. So, kann ich jetzt durch? Ja, okay. Dein Weg nach vorne ist wunderschön und voll von Terrorismus. Schau dich selbst. Überlebte die Regeln. Und wiederum all das, was verloren hat. Ja, dann herzlich willkommen nochmal bei Nightingale. Zumindest zu einem kleinen angespielt Preview für Early Access. Aber es ist halt jetzt schon irgendwie ganz schön krass alles, oder? Hier sind wir Schwebe Waldwelt. Na? Ah, wir haben es geschafft. Mit den Wegwerfen hinter dir, haben deine Beginnungen geschlossen. Ich bitte dich willkommen zu den Feywilden in Ernest. Während du Carpenter spielst, sind es in den seltenen Wilden. Ich bin ein Schraub für das Wissen, das ich gebeten habe. Habt ihr gesehen? Wir können jetzt auch mit anderen Weltenwandlern zusammen zocken. Also es ist halt alles ein Multiplayer. Ich spiele hier auch gerade online auf einem Surfer. Okay. Auch sehr geil. Guckt mal rechts oben. Wir haben jetzt die Aufgabe, einen Steinhaufen zu bauen. So, äh, den Schirm brauchen wir nicht mehr erstmal. Hier regnet es nicht. Hier ist es angenehmer. So, das sieht aber nochmal hier ein bisschen anders aus als das erste Waldbiome. Ich mach mal ein Map auf. Ja, es bedeuten größer. Das war ich. Sehr cool. Okay, dann müssen wir uns überlegen, wo wir unsere Base aufschlagen wollen. Äh, ich finde ja hier schon nicht schlecht. Aber ihr wisst ja, ich bin nochmal gerne an sehr hohen Punkten. Äh, vielleicht da oben. Ich würde erstmal hochgehen und gucken gehen. Und wir haben Hunger. Aber ich habe ja genügend Fleisch dabei. Das ist ja schon gebraten. Was hast du da? Fliegenpilze. Rohepilze. Okay, dann mal gucken. Ich frage mich, was es noch so alles für Biome gibt. Beziehungsweise ist das natürlich super smart, ne? Äh, die können halt theoretisch immer wieder nachliefern. Neuen Content. Indem es einfach neue Reichskarten dann gibt. Wo man hin teleportieren kann. Wir müssen dann jetzt nur erstmal herausfinden, wie wir die freischalten. Diese Reichskarten. Bisher haben wir die immer vom Puck bekommen. Besetzen sie ein Stück Land. Okay, also dieser Steinhaufen scheint zum Clayman zu sein. Komm ich hier hoch? Ne, war doch nicht. Das Gebäude dahin sieht auch interessant aus. Alter. Das ist ja sowieso hübsch. Also das ist jetzt nicht die Riesenwelt, ne? Es ist größer, aber es ist nicht super riesig. Aber ich meine gut. Wir bewegen uns dann am Ende sowieso nur durch die Botanen. So, ich gehe mal ganz hoch. Hier oben, da wo der Baum ist, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Das ist ja irgendwie auch naheliegend, jetzt hier den höchsten Punkt zu nehmen, finde ich. Oha. Okay, ich glaube ich weiß, wo wir bauen. Wir bauen hier unsere Base und dieser Baum bleibt für immer stehen. Hier sind noch Wildschweine und so. Okay, Steinhaufen bauen. B. Anwesen. Steinhaufen. Wir brauchen 20 Steine und 5 Steinplöcke. Verfolgen. Platzieren können wir auch schon mal. So. Okay, jetzt müssen wir ganz viele Steine sammeln. Die Wildscheine, sind die aggressiv oder lassen die mich? Ruhe. Okay, die sind aggressiv. Den habe ich. Das Problem ist, wir haben schon ein Hard Overweight. Ich werde den dann später aufsammeln. Okay. Wir müssen so schnell wie möglich die Truhe freischalten. Ich will halt jetzt auch das ganze Fleisch, was ich habe und so, würde ich eigentlich nicht ungern mal droppen. So, wir haben 31 primitive Steine, das ist gut. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir an die... Ah, hier kommen die Steinplöcke. Okay. So, ich muss irgendwas extrahieren. Wir wiegen zu viel. Stöcke alle extrahieren. Hier ist mein Gewicht, jetzt sehe ich das. Okay, 46 von 50. So, Böcke mitnehmen. Das ist krass, die sind warm halt, die Dinge. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich das Haus hier baue, dass wir so schönen Blick auf den See haben. Oder da hinten auf dem Fels, dass wir so Richtung Küste gucken. Am coolsten ist natürlich, den Baum schön einzubauen, dass das hier so der Hof dann ist, oder so. So. Rückzugsort. Einfache Gerbstation haben wir gelernt. Wir können auch umbenennen. Hier wohnt Beam. So, sehr schön. Dann weiß ich immer, dass ich hier wohne. Deine Tenacity überrührt die Gäste der Feuze. Und diese Feuze, die du liebst. Should you hear that siren call, you'll require unbraided cards and the power to play them. Upon it lies the means to craft the card you require. Schalten Sie den antiquarischen Kraftort frei. Ausrüstungsverwertung 6 von 20. Okay, und wir können jetzt die Gerbereichstation, die haben wir jetzt gelernt. Gerbstation. Hier ist die einfache Werkbank. Ich würde erstmal die Werkbank machen, damit wir Schatzruhe machen können. Dann bauen wir Holzbindel dafür. Bauen primitiv. Fenster, Flachdach. Obergeschoss. Sehr schön. Wir können bauen. So, ich würde erstmal die Werkbank herstellen. Dann ziehen wir die erstmal hier hin. Und hauen schon mal rein, was geht. Wir brauchen jetzt noch 10 Holzbündel. Und dann versuche ich erstmal eine Truhe herzustellen. Ich würde interessieren, ob wir den Baum fällen können. Aber ich würde es nicht ausprobieren. Ich habe Angst, dass ich den Bonn hätte. Und dann ist der Firma weg. Und dann bin ich traurig. Dann lasse ich das mal. Also es könnte auch durchaus sein, dass das Video ein bisschen länger wird. Ich lasse halt alles drin, was in irgendeiner Form interessant sein könnte. Wenn das Video dann über eine Stunde geht oder noch länger, dann ist das halt so. Schauen wir mal. Das steht immer, das ist angenehm. Es steht immer links unten, wie viel wir haben von den Ressourcen. Also wie viel wir aussammeln und dann rechts daneben in Klammer, wie viel wir haben. So, Baueigenschaften. Baueigenschaften haben Einfluss auf die Funktion gewisser Bauten. Die Umgebung und die Bauten in der Nähe beeinflussen, welche Eigenschaften ein Bauwerk hat. Ein Schlafsack etwa ist effektiver, wenn er sich einem warmen, trockenen Ort befindet. Loser Untergrund und ungeschützt. Eigenschaften können sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben. Weltenwandler können positive Eigenschaften wie Licht und Wärme ergänzen, indem sie in der Nähe von Bänken oder Schlafsäcken ein Lagerfeuer errichten. Manche Bauten können mit Erweiterungen ausgestattet werden. Kompatible Erweiterungskombos, die neue Eigenschaften erzeugen, werden in ihrem Handbuch erläutert. Okay, alles klar. Krass. Ich bin übrigens heavy mit dem Spot hier gerade. Was können wir jetzt hier herstellen? Holzachs, Schleuder, Steinwurmel. Ah, hier ist keine Truhe dabei. Aber eine Steinwurmel. Automatisch auffüllen. Herstellen. Okay. Aber wir brauchen noch eine Schleuder. Dafür brauchen wir Riemen. Okay, wir müssen die Gerbstation safe machen, könnte ich mir vorstellen. Und das dauert auch eine ganze Weile. Aber ja gut, das ist halt auch jetzt nicht in der Base drin. Der Anglerkorb, das ist die Truhe. Jetzt raffe ich das. Jetzt hier. Da können wir Sachen dann reinhauen. So, machen wir erstmal so zwei Stück nebeneinander. So, so. Okay, okay, okay. Ich dachte, der Anglerkorb wäre für angeln, müsste er. Alle Gegenstände bewegen. So, ja, hauen wir erstmal alles rein. Und jetzt wird erstmal gefarmt, alle. Und ich würde aber schon mal ein paar Fundamente platzieren, damit ich schon mal einen Überblick bekommen, was wir brauchen. Pflanzenfaser, Holzmittelstöcke brauchen wir. So, wo bauen wir jetzt die Base? Bauen wir die hier auf dem Felsen? Oder bauen wir die Base hier so auf dem Gras? Weil hier ist halt auch schön. Was ist das denn? Die sehen ja abgefahren aus. Ich glaube fast, ich baue die Base hier. Ich finde es hier irgendwie mit dem Seon so ganz geil. Und dann später, mal gucken wir, wenn wir so weit kommen, können wir es ja noch erweitern. Machen wir so hier. Machen wir erstmal eine kleine 2x2 Base. Okay, wir machen 2x3 Base. Und mit weiterer Etage. Weil ich das jetzt gleich ausprobieren will, auch wenn es ein bisschen länger dauert. So, dann hätte ich gerne eine Tür. Ich baue da wahrscheinlich auch aus Stein, was soll es. Und hier die Tür hin. Türrahmen, Obergeschoss, Wände, wäre erstmal gut. Ich mache erstmal ein paar Fenster hier hin. Machen wir vor allem schön in die Richtung hier. Machen wir 2. Und hier in die Mitte. So, dann machen wir hier noch ein Fenster hin. Und in der Richtung hätte ich eigentlich auch gerne ein Fenster. Machen wir hier noch. So. So. Ist ja trotzdem so ein bisschen wieder dieses Arc-Bausystem, ne? Nachdem man Entroudet gespielt hat. Aber ich finde es cool, dass man das so blueprintmäßig schon mal so vorbauen kann. So, hier hätte ich jetzt Lust, mal die Holzwände auszuprobieren, weil ich mir die gerne angucken würde. Okay, ich baue glaube ich gleich erstmal einen Shelter. Ja, weil das wird eine Weile dauern, bis das Gebäude hier fertig ist. So. So. Oh. Da braut sich was zusammen. Okay Leute, ich baue mir mal schnell einen Shelter eben. Wir müssen uns sowieso schlafen legen. Dann müssen wir hier das Shelter hin. Und drunter einen Schlafsack. Und dann müssen wir eben die Ressourcen dann reinhauen. Ich frage mich jetzt hier, ob ich auch Zugriff auf meine Angelkörbe habe. Von hier aus. Ressourcen aus Inventar. Ressourcen automatisch hinzufügen. Das klingt halt fast so, als wäre es so. Schau mal eben, haben wir Stöcke drin in der Tour? Äh, ansonsten geht es vielleicht doch nicht. Äh, ja, haben wir. Der hat es jetzt nicht hinzugefügt. Äh, ich brauche meinen Regenschirm ansonsten. Und? Ansonsten erkälte ich mich. Das ist nicht klar, dass das war gut. So gut Leute, ich mache erstmal den Shelter fertig. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch 10 Stöcke. Okay, alles klar. Sieht so komisch aus, ne? Wenn man links den Schirm hält und dann was aussammelt. Aber gut. Ey, man darf nicht vergessen, das ist eine Vorabversion vor Early Access, die ich hier spiele. Also das muss man schon als sehr positiv bewerten, den Zustand, den aktuellen von dem Spiel hier. Oh, ich kann mir vorstellen, dass das schon ausweicht. Stimmt, wir können ja durchlaufen, ist ja noch nichts gebaut. So, okay. Ist fertig. Alter, schaut mal hier, es entstehen wirklich 14, oder? Krass. So, hier auch. Wir brauchen noch zwei Stöcke. Ey, gut, dass ich den Schirm gefunden habe auf dem Turm, ey. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon längst erkältet. Ja. Okay, ich habe mich ausgeruht. Gut, jetzt haben wir noch Hunger. Und ich habe nicht linke Maustaste gedrückt, Leute. Sondern den Schirm wieder ausrüsten, bitte. Uiuiuiui. Okay, dann lassen wir unseren Stuff reparieren. Und wir können damit ja auch irgendwie dann unsere Ausrüstung verbessern. Das hatte ich vorhin im Ladescreen gelesen, dass die Essenzen auch dafür dann da sind, um Stuff besser zu machen. Aber da muss man wahrscheinlich noch eine Werkbank oder so dafür freischalten. Ich sehe gerade, das ist cool. Schaut mal, wir sehen jetzt, was wir insgesamt brauchen, um alles zu bauen. Das ist zwar einiges, aber das ist ein cooles System, muss ich sagen. So gut, dann sammle ich erst mal die Stöcke und die Bäume. Das ist egal, da hinten ist auch so ein Baum. Da könnten wir sogar mal ausprobieren, es raufzuhauen. Ich kann mir vorstellen, dass wir ganz viel Senzstau bekommen, oder? So, wenn wir das machen. Probier's mal. Das ist halt voll der alte Fähbaum oder so, oder? Ja, den kriege ich nicht platt. Okay, alles klar. Finde ich aber irgendwie auch gut. Ich wäre jetzt traurig gewesen, wenn er weg gewesen wäre. Aber ich wollte es halt ausprobieren. Die menschliche Neugier, Leute, ich sag's euch. So, Stöcke haben wir. Ach, das ist so angenehm, dass ich das einfach links sehe, wie viel wir haben. Was ist denn das hier eigentlich? Das sieht aus wie so. Ja, das sind überall irgendwie noch weitere Planeten. Stellt euch mal vor, No Man's Sky hätte diese Grafike beim Entdecken und so. Das wäre auch heftig. So, hinzufügen. Okay, Fasern haben wir, Stöcke haben wir auch. Habe ich auch, was das ist, ey. Jetzt finden wir bestimmt alles noch raus. Ich hab halt schon von einigen Kollegen, die schon vor ein paar Monaten teilweise in irgendwelchen Closed-Phasen gespielt haben. Alter, der ist ja riesig, der Baum. Sehr viel positive Sachen gehört über das Game. Aber, also ich bin trotzdem positiv überrascht, obwohl meine Erwartungshaltung schon relativ weit oben war. Eben, weil ich schon so viel Gutes gehört habe. Es fühlt sich auch echt gut an. Das kriegt man wahrscheinlich auch beim Zugucken ein bisschen mit, oder? Also, dass das alles so vom Gameflow und so sehr flüssig wirkt und... Ah, overrate. Ich frage mich, ob es irgendein Essen gibt, was unsere Tragekapazität erhöht. Das wäre übelst angenehm. Oh, was machst du denn da? So, hinzufügen. Oha. Was willst du denn jetzt? How far you've come? Across these wilds. You're kind of proliferated with haste. And they will endulge your want for new and novel constructions. Essenzhändler sind in den meisten Welten zu finden und bieten Entwürfe, Ressourcen und Verbrauchsgegenstände im Tausch gegen Essenzen. Mach's gut. Puck. Dankeschön. Ich muss wirklich sagen, es ist auch ein sehr gut gemachtes Tutorial, oder? Das ist ein kleines... Das ist ein Ferkel. Das lassen wir in Ruhe. Ich bin gerade noch ein bisschen geflecht von... Ich halte mal kurz die Kamera still, damit die Quali gut ist. Das Problem ist, man kann Tasten noch nicht belegen, sonst soll ich das Interface ausmachen. Ich weiß nicht, ob es da eine Taste gibt. Alter, okay. Also der Balkon ist gut ausgerichtet dann, wenn wir den fertig haben. So, rein da. Der baut halt auch immer mehr fertig. Die Treppe ist jetzt auch schon fertiggestellt. Ich könnte das irgendwie... Uh, die Steine sind auch schon... Das ist auch schon die erste Struktur ready. Okay. Mal gucken, wie es dann aussieht, wenn die Sonne da drauf scheint auf die Seite. Die Sonne geht auch gleich runter. Wir hatten auch noch nicht Nacht bisher, ne? Wie spät ist es denn gerade? Wo hatte ich vorhin eine Uhrzeit gesehen? Hier. Es ist 0 Uhr. Dafür ist es ganz schön hell gerade. Aber gut, wir sind halt auch nicht auf der Erde, ne? Ich befreie dich von deinem Leid. Es tut mir leid, aber jo. Ich hoffe, der hat das jetzt nicht gerade gesehen, was ich gemacht habe. Der haut sogar die Bäume um. Ich bau dir mal lieber schnell ab. Ich würde mir das gerne mal aus der Nähe anschauen. Ich hoffe nur, der taggt uns nicht. Lässt der Essenzstaub fallen? Oder ne? Das ist, weil der Bäume... ...die Bäume zum Fallen bringt. Deswegen liegt der Essenzstaub rum. Das ist aber nice, Alter. Da muss ich das nicht selber abbauen. Vor allem richtig viele. Und nicht immer noch hier die auf. Das ist mein Gewicht. Okay, wir haben gleich Overweight. Jetzt haben wir Overweight. Ja, kommt genau hin. Ich würde mir den gerne mal aus der Nähe anschauen. Und habe aber gerne Full Speed, weil sie doch sauer wird. Ist das cool. Das ist voll das schöne magische Wesen. Man muss eben nur hinterherlaufen, kann die Bäume aufheben. Also die Baumstämme. Du bist toll. Das ist ein krasses Geschöpf, ey. Also das Design von den Wesen ist ja immer großartig. Okay, krass, ey. So gut, wir bauen die Bases erstmal weiter. Oh, schaut mal jetzt hier. Jetzt die Sonne. Das sieht schon echt schick aus, Mann. Würde mich echt mal interessieren, welche Engine das ist. Also wenn das jemand von euch weiß, kann das gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Toll, oder? So, cool. Wir brauchen noch sieben Holzbündel und dann müssen wir noch Steine sammeln. 40 Stück. Das geht schnell, weil wir haben Steine direkt vor der Base. So, guti. Aus Holz haben wir alles. Das wird ja gleich dunkel, ne? Jetzt ist dunkel. Jetzt ist ja so ein leichtes Flackern, okay. Aber jetzt sieht es geil aus. Gut, Leute. Dann holen wir mal die Steinblöcke rein. Ich habe jetzt eigentlich einige gesammelt. Hier brauchen wir sieben. Die bauen wir jetzt einzeln alle, okay. Hä, aber sieht schick aus, oder? So, von den Texturen und so ist erstmal in Ordnung. Das Holz ist hitzebeständig. Kann ich die Werkbank aufheben, die ich platziert habe? Sieht nicht so aus. Baumodus, kopieren, bewegen eher. Okay, nice. Ich bin über jede Komfortfunktion sehr, sehr dankbar. So, ich glaube, wir sind oben, oder? Okay, hätten wir. Das Campfire. Kann ich das auch bewegen? Ja, krass. Äh, was ist mit den Truhen? Während Sachen drinne sind. Okay. Sind da jetzt meine Sachen drinne? Ja, okay. Das ist übrigens... Ja gut, ich wollte ja sagen, das ist ein bisschen OP. Aber nö. Man kann ja nur an den Bereich, wo der Steinhaufen ist, kann man das ja da hin und her bewegen. Ansonsten hätte man ja den Riesenrucksack, den man überall mitnehmen könnte. So, und hier haben wir noch eine Tour. Baumodus mit X öffnen und einfach Ehrdrücken. Oh, ist das gut, Mann. So, sehr gut. Und hier haben wir jetzt auch unseren Staff drinne. Sehr, sehr schön. So, gut. Wir bauen noch ein paar Steinchen. Ich würde aber schon mal hier oben... Ein Dach hätte ich hier gerne noch. Schrägdach haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Bitte schön die Ausrichtung bewahren. Wunderbar. Und hier hätte ich jetzt gerne noch normale Holzstrukturen. So. So. Und hier machen wir in die Richtung kommt der Balkon hin. Das heißt, wir machen hier so. Oh, Lamellentürrahmen. Und Zaun oder so haben wir noch nicht. Ach, ich denke mal, so scheitern wir dann irgendwann frei. Ich glaube, wir haben dann hier eine sehr geile Ausrichtung, wenn es halt ist. So, Stöcke rein. Herstellen. So, Chitin haben wir aber noch nicht. Fell und so haben wir eigentlich schon. Ich würde es mal eben ausprobieren. Ich würde mal das ganze Fleisch braten, was wir hier haben. So. Herstellen. Cool. Oh, ich wünschte mir, wenn ich Nudeln koche, dass dann auch immer so ein Effekt käme, so aus dem Kochtopf, wenn die Nudeln fertig sind. Immer wenn die al dente sind und so, dann so ein Funken-Effekt. Das fände ich schön. Oh, was ist das da hinten? Das sieht gefährlich aus. Ich habe auch nichts zu essen und es greift an. Ich muss mich eben hochwaffen. Wo ist das? Ach du, Level 10. Okay. Den hätten wir. Aber schön, wie man auch instant erkennt, dass die böse sind. Oh, ich will keine Kerze machen. Na, Kollege? Leben muss man so hochgehen. Ich muss was essen. Is. Dodgen. Bin das was? Ich habe ein bisschen Leben verloren. Ja, hätten wir. Hätten wir auch. Okay. Einfach fighten, Alter. Uiuiuiui. Also ich sage mich ganz ehrlich, Milikampfsystem fühlt sich schon mal sehr, sehr gut an. Ich bin sehr gespannt, wie dann Range ist und wie gesagt, um die Magie oder so ein Stuff. Ich glaube, im Trailer habe ich sowas auch gesehen. Ich facke eben, dass unser Leben hochgeht. Es ist halt gerade noch kalt. Und dann Base weiter fertig bauen. Danach machen wir zum Essence-Händler. Die Ressourcen hinzufügen. Sind wir fertig? Ich glaube, ja. Wir haben eine geschlossene Base heute. Und wir sind nicht mehr unterkühlt. Na gut, wann wir nicht hier zumachen? Nein, nicht abrennen. Okay, hier wird uns noch kalt, interessanterweise. Was ist, wenn ich das Lagerfeuer jetzt anmache? Anzünden. Kältige Drohnen. Da, wie hoch ist die Range davon? Ganze Base? Ganze Base, wenn ich jetzt rausgehe? Ach, dann wird uns nicht kalt. Okay, das Lagerfeuer hat noch... Wobei, hier ist eine Fackel. Hier wird uns wieder kalt. Okay, also ist jetzt quasi durch das Lagerfeuer die komplette Base erstmal erwärmt. Das ist schön. Gut, und hier brauche ich noch eine Treppe. Sonst muss ich immer springen, das nervt. Okay, was brauchen wir jetzt dafür? Ich sehe es nicht. Okay, Treppe fertig bauen. Ah, ich muss Abstand aufbauen. Okay. Okay, Leute. Die Base steht erstmal. Also, sehr gespannt, wie das dann aussieht, wenn Tag ist. Okay. Oh, da springt zweimal. Wir haben keinen Stum. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, Strafen ist Key in dem Game. Krass, wie viel hält der aus? Das ist jetzt Stufe 10 gewesen. Ja, Strafen ist Key. Zumindest ging es mir hier. So, ich will eigentlich... Oha, kommt jetzt endlich Sonne? Das kommt vor allem erstmal Gewitter. Aber hier, da sieht es so aus, wo ich irgendwie Licht reinkomme, endlich. Wie spät haben wir es denn gerade? 14, 50. Es ist halt alles so irgendwie um, keine Ahnung, sieben Stunden verschoben oder so hier, ne? Das Gefühl. Oh nein, da sind noch mehr von denen. Okay, das ist geil. Man kann die wirklich stackern, wenn man auf den Kopf haut. Das ist gut zu wissen. Da ist ja harte. Den können wir nicht easy stackern, dann können wir... Ja. Oder? Starriert. Das Damm ist aber gleich alle. Hätten wir... Auch. Hätten wir auch. Ich frage mich, ob der mir geholfen hätte, da hinten. Ich sage jetzt nicht, dass der Sound geil ist, Leute. Ich lasse es, okay. Also wir sind halt gleich, ja. Jetzt sind wir überlastet. Wisst ihr was? Ich extrahier den Stuff einfach. Das soll's. Ey, es ist voll gut, man muss den eigentlich nur hinterherlaufen und kann dann Essenz-Staub farmen. So. Stragieren. Da müssen wir aufpassen. Ich frage mich, was passiert, wenn der zu unserer Base laufen würde und dann sich entscheidet, da durchzugehen. Okay, das ist Donner. Ich dachte, es kommt noch irgendwas Großes. Ey, ist alles voll mit dem Stuff. Baumodus, ja. Hier rein. Und schlafen. Ah, jetzt geht die Nacht vorbei. Wir mussten einfach nochmal uns schlafen legen, oder was? Okay, man muss in der Base pennen, damit wieder Tag wird. Ein Shelter reicht dafür nicht. Ey, die Nacht war wild. Aber wir haben sie irgendwie überstanden. Okay, erstmal das Leben wieder hochbekommen. Und in dessen genieße ich ein bisschen den Sonnenaufgang. So, schaut übrigens mal rechts. Wir haben eine Ausrüstungswertung gebrauchen für diese Kraftstein-Quest, damit wir noch eine neue Karte freischalten können. Brauchen wir eine Ausrüstungswertung von 20. Gehe ich mal davon aus, dass wir da einfach bessere Rüstung und Waffen und so, ne? Wie sieht's denn aus? Komm, wir müssen fertig bauen. Sehr schön. Geht die Inzinder auf? Das ist nur ein bisschen rabiat. Das war ein bisschen vorbei, mein Kollege. Sehr gut. Ich liebe es, hier Headshot zu verteilen. Das ist so ein bisschen wie bei Rüst. Der Sound-Effekt ist einfach super geil. Ich hoffe, das ist eigentlich auch... Ich hoffe, das ist ein bisschen wie bei Rüstung und Waffen und Waffen und Waffen und Waffen und Waffen und Waffen. Was ist das gerade? Wir können fliegen? Alter! Wie krass ist das? Wir haben gerade den Buff bekommen. Oh, ist das toll. Ja, schaut mal unten. Wir haben da gerade so ein Fliegesymbol. Was ist das? Das sind Wölfe, ne? So, ich muss schauen. Die Richtung müssen wir... Okay. Äh, zieh mich ob. Jetzt probieren. Der ist jetzt hier wirklich interessant. Der NPC. Das ist der Essenzhändler. Okay, alles klar. So, hier können wir auch Weltenkarten kaufen. Und das alles für die weißen Essenzen. Davon haben wir 364. Herstellungsverbesserung. Ich glaube, wir sollten erstmal das hier alles holen. Schmelzofen, Sägetisch, Mörserstation. Einfache Nähbank. Kaufen. Die brauchen wir für die Quest auf jeden Fall. Ah, wir können hier auch Ressourcen holen. Man kann hier auch Ressourcen kaufen. Ey, das bedeutet ja, man kann Ressourcen extrahieren, die man nicht braucht und dafür andere holen. Den Sägetisch würde ich auch holen. So, Sägetisch. Kaufen. Äh, davor hole ich aber schon mal eine Waffe. Angel gibt's auch. Kaufen. So, holen wir jetzt einen Hammer oder einen Streithammer. Hiermit können wir Sachen reparieren, wie es aussieht. Und das ist wohl die erste richtige Nahkampfwaffe hier, der Streithammer. So, Schirm. Können wir auch schon mal holen. Verbesserung. Wasserstation kaufen. So, ich glaube, ich habe erstmal alles gekauft, was ich jetzt holen konnte bei ihm. So, da ist unsere Hütte. Guck mal, wie schön das hier jetzt hier aussieht, ey. Der Balkon ist ein bisschen lost. Das muss man in der Strukturenfreichheit nur noch, dass das ein Holz von der Mände ist, aber yo. Was macht ihr denn hier? Ey, werden die von diesem Baum angezogen, oder was? Ich lasse die mal noch eben am Leben, weil ich würde vielleicht mal... Das sind voll viele, da ist auch noch einer. Ey, vielleicht ernähren die sich auch von dem Baum. Ich denke, man fehlt einfach noch die Animation. Ich denke schon, da kommt noch was. So gut. Einfache Nähbank. Platz hier. So. Hier kann ich die drauf platzieren, wenn ich will. Schmutzofen. Der ist ja klein. Den Sägetisch. Ach ja, und Nähkampfwaffe würde ich erstmal machen. Da würde ich Werkbank denken. Hier, Streithammer. Dafür brauchen wir aber Riemen. Haben wir schon die Gerberei? Haben wir. Hier können wir Riemen machen. Dafür brauchen wir Tierfell. Herstellen. Einsammeln. Füllen. Herstellen. Oh, das ist wieder meine Animation, die ich so gerne habe. Wir haben hier auch zwei Slots, ne? Also wir können dann auch Sachen kombinieren irgendwie oder so. Ja, zumindest so. Haben wir den jetzt schon? Hier, einfacher Streithammer. Nachkampfschaden 80. Oha. Hier haben wir nur 30 mit der Axt. Magikale Macht 10. Okay. Kraft 17,5. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Oh, guck mal hier. Das ist... Ah, unsere Ausrüstungsbewertung sitzt schon auf 13. Jetzt bin ich mal auf die Kombo gespannt damit. Oh, das ist langsam. Ich könnte mir mal vorstellen, wenn wir damit einen Header machen, dass das ordentlich Wumms hat, ey. Jetzt versuche ich mal eben noch, mir ein bisschen bessere Rüstung zu machen. Oh, ich merke so langsam, dass die Games so rein optisch immer geiler werden. Und gerade hier, so mit dem Licht und so. Ich feiere das ja. Und klar, man hat das auch schon in anderen Games gesehen, aber es ist halt einfach schön. Es sieht echt einfach gut aus. So, goodie. Jetzt würde ich gerne die Nähbank fertigstellen. Dafür brauchen wir nur noch Holz. Bitte nicht auf den schönen Baum fallen. Und bitte auch nicht auf mich. So, okay. So, Nähbank ist fertig. Uh, trage Sack. Ich habe gerade noch von geredet. Wir brauchen Leder dafür. Hierfür auch, hierfür auch, hierfür auch, hierfür auch. Okay. Herstellen. Leder. Für Leder brauchen wir Fell. Fabelwesen Fell. Und ich schaue mal hier noch. Oh, meine, sehr schön. Meine Animation ist wieder da. So, wir haben da noch mehr. Hier ist noch was. Okay, wir müssen dann erstmal jagen gehen. Jetzt noch ein bisschen was. Oh, ist die immer noch dabei? Oha. Krass. Für Filz brauchen wir auch Fell. Ich sollte ein bisschen aufpassen, wie viel ich jetzt so brauche, ne? So, ich mache mal so zwei nochmal. Müssen wir unbedingt jagen gehen, ey. So, Mann. Oh, Moment. Dann hätte ich ja wahrscheinlich erstmal den Rucksack machen. Tragesack. Aber dafür brauchen wir halt zwei Leder, ne? Aber ey, lass den Rucksack machen. Das nervt halt wirklich hart mit der Begrenzung. Ich glaube, weil man hat irgendwie teilweise immer noch dabei stehen, ob das irgendwie schon besser ist, das Material, von was das stammt. Ey, wahrscheinlich kann man so dann auch, je nachdem, was für Leder das ist, könnte der Rucksack vielleicht auch besser sein oder so. Ich trage den schon. Wait ist jetzt auf 100. Ich habe den automatisch einfach angezogen, den Rucksack. Ah, hier ist er. Einfacher Tragesack. 50. Oh, ist das schön. Okay, wir können doppelt so viel tragen. Das ist gut. So, ich stelle mal hier, Schleuder. Theoretisch, Munition hatte ich ja schon gemacht irgendwo. Hier, einfache Steinmurmel. 20 Stück. Ich weiß nicht, ob das die Muni dafür ist. Keine Ahnung. Okay, so wie es aussieht, haben wir jetzt schon die Waffe? Ja, hier. So, jetzt bin ich ja gespannt, ob ich... Er? Ah, einfach nur Erdrücken. Okay, das ist ja lustig. Okay, ich schieße einfach mal. Und jetzt wieder er. Das ist ja cool gemacht. Okay, das ist halt wirklich die primitivste, was jetzt geht am Anfang. Das ist aber schon eine coole Steinschleuder. Also die wird schon... Das ist schon besser als eine Zwille. Okay, alles klar. Ich mache mal noch ein paar... Ein bisschen mehr Muni. Wie viel Schaden machen wir denn damit? Äh... Na, Kampfschaden 5. Das zahlt 80. Das ist wie der Streithammer eigentlich. Ich frage mich, ob es ja auch PvP gibt in dem Game. Weil ich ja so krasse Rust-Ribes kriege irgendwie, wenn ich die Bücher aufsammel und so. Hier leuchtet... Oh, das ist ja so ein Puzzle, ne? Komm, wir probieren das jetzt einfach. Wir haben ja auch den Hammer. Was geht's? Fallen die da rum? Okay, das ist ja cool. Okay. Also geht gut mit dem Ding. Also die sterben halt alle nicht. Loll. Da hinten ist noch eins. Ah, jetzt verstehe ich. Sobald man das falsch aktiviert... Ah, okay. Dann kommt die Welle. So, das war richtig. Ja gut, müssen wir halt probieren. Gut. Also das, dann das und dann das. Okay. Das Ding. Dann das. Oh nein, das hier. Das sind ja nur drei. Sehr cool. Neue Entdeckungskartefall. Gunst der Macht, mal schätzen. Was haben wir diesmal? Okay, jetzt können wir ja mal gucken. Machen die Schaden? Oder mache ich mehr Schaden? Ich mache mehr Schaden, 210. Okay. Der hat eine ganz schöne Range, der Hammer. Oh! Ganz schön viele Schweine. Kann es sein, dass wir... Wir machen gegen die... Die haben voll die Resis auf Wuchtschaden, oder? Guckt mal. Da ist immer so eine Zahl nach unten, wenn wir die hitten. Was ist, wenn ich die mit der Steinschleiter treffe? Oha. Der Steinschleiter ist geiler. Okay, interessant. So, aber es waren jetzt auch 200, wenn wir den Waffen noch haben. Ey, aber jetzt ganz viel Leder. Sehr gut, dann können wir uns dann das Set machen. Das war doch perfekt jetzt eigentlich, dass die gekommen sind. Morgen. Nein! Cool, wie das so hier durchschimmert, das Licht. Ach ja, das sieht echt schick aus. Finde ich cool. Vor allem, das muss ja cool aussehen, wenn die Sonne von hier kommt. Bei Theorie, die muss ja dann das Licht dann auch dementsprechend so hier reinkommen. Mhm. Echt, mir geht nicht. Moment, automatisch füllen. Na gut, wir können drei Leder machen. Was geht's? Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Chest machen können. Hemd herstellen. So, und Handschuhe können wir noch machen. Und hier haben wir einfaches Hemd. Maximal Gesundheit 15. Okay, ja, ist deutlich besser. Okay, wir sehen eigentlich fast genauso aus wie davor. Wir haben jetzt hier unten noch, äh, jetzt noch weiter. So, und hier noch die Handschuhe. Ach cool, man sieht sogar den Rucksack. Das finde ich super, dass man den Rucksack sieht. So was mag ich, solche Details. Hi, Moment, bin ich jetzt doch langsamer runtergefallen mit dem Schirm? Nee. Hier, das ist, das ist eine Überlebende, glaube ich. So, eine überlebende Person in der Nähe benötigt ihre Hilfe bei der Fertigstellung eines Bauwerks. Helfen sie ihr dabei, das Bauwerk fertigzustellen, um eine Belohnung zu erhalten. Ich drücke einfach mal Ja. Ah, okay, jetzt muss ich das hier fertig bauen, quasi. Das mach mal. Weil wir sitzen so schwer. Ich weiß jetzt nicht, ob das das war. Kann auch noch. Magikale Truhe. Ah, hier, Essenzstaub. So, jetzt kann ich sie rekrutieren. Schaut. Sehr schön. Ausrüstung, Inventar verweilen. Okay, wir können auch ausrüsten. So, ich probiere da mal reinzukommen. Ich sehe, du willst sterben. Okay, ich gehe mal davon aus, hätte ich jetzt nicht genug Hoffnung gehabt und meine Ausrüstung zu schlecht gewesen wäre, dann wären wir jetzt da nicht durchgekommen. Oh ja, kein Schirm. Okay, ich gehe mal auf Mili. Na gut, dass wir den jetzt dazugeholt haben, ey. Ich weiß nicht, ob es vorhin die Fire gibt. Der Hammer. Okay, easy, easy, easy. Oh, was bist du? Ist das abgefahren, Mann? Mechanismus aktivieren. Sind ja noch mehr Knöpfe. Wow. Okay, boss. Okay, boss. Jetzt, oder? Oh Gott. Okay. Ich gehe mal Mili, okay? Wir testen mal. Okay, unter zwei Schaden. Ja gut, der war jetzt ein bisschen, ein bisschen unspektakulär. Einsetzen. Let's go. Okay, wir haben die Karte, Leute. Wir haben auch 20k Einzelsenzen bekommen. Das sind bestimmt die grünen Essenzen, oder? Ja, sehr cool. Ah, hier. Das ist die antiquarische Karte. Explorer-Karte, Schwebe-Karte, Sumf-Karte, Wald-Karte, Wüsten-Karte. Wir brauchen einfacher Verzauberungs-Fokus. Da können wir das herstellen. Aber wartet mal, das ist alles provisorisch. Wir können aber mittlerweile einfach herstellen. Ich weiß nicht, Holz brauchen wir noch, oder? Okay, probieren wir es mal. Einfacher. Übrigens hier Kletterpickel. Das können wir ja damit, ja, damit können wir uns dann hochkraxeln, Berge und so anscheinend. Erz, Edelsteine und Stein aus den Tiefen der Erde zu hauen. Genau, das Ding machen wir. Herstellen. Ey, aber guck mal, das Werkzeug, was ich jetzt habe, ist Stufe 20. Und hierfür brauchen wir 230. Ja. Okay. Erz, Zinn, kriegen wir hier. Ich glaube, ich will mich erst mal schlafen, das wäre helles. Gut, Leute, das heißt, wir müssen jetzt noch die Schmelze machen und die Mörser und alles. Damit wir diese Magiestation herstellen können. Und dann können wir dort dann Karten craften. Und dann können wir andere Welten bereisen. Machen wir mal so. Werkstatt herstellen. Waren. Genau, das brauchen wir. Herstellen. Wartet mal, ich habe doch hier irgendwo so Crystal gesehen. Ich glaube, es ist noch mit hier was. Ja, da genau. Ich hoffe, wir können das schon abbauen. Ich denke schon. Erinnere mich gerade. Ja, sehr gut. Ich denke mal, hier kriegen wir das Teil. Sehr gut. Ich kann gedrückt halten, wenn ich gerade. Das ist angenehm. Kann ich das mit dem Hammer auch machen? Muss man aus Interesse? Weil da muss ich nicht wie verrückt immer drücken. Ja, okay. Sehr schön. Man kann einfach die Taste gedrückt halten. Zum Schwenken. Sehr gut. So ist das jetzt alles? Ja, alles Ruhe, Edelstein. Okay, sehr gut. Dann holen wir es hier rein. Glas. Automatisch aufwölen. So viel wie geht. Wir haben die Verzauberungsdurchsäure. So, antiquarische Karte. Automatisch füllen. Herstellen. Das ist fertig. So, und jetzt müssen wir noch die Waldkarte herstellen. Können wir sogar schon machen. Okay, also diese antiquarische Karte modifiziert jetzt quasi die Waldkarte. Spielen sie diese Karte, um eine Welt mit mittelmäßiger Gefahrenlage zu suchen, die von Druiden besiedelt wird und über Fähruinen verfügt. Probieren wir es. Okay. Ah, das kommt ja das Böse. Wir müssen wundern, dass ich nicht durchlaufen kann. Das ist befriedigend, dass sie dann so umkippen, wenn man ein Hattie macht. Oh, geil. Das war kein Headshot. Dann ist er nicht umgefallen, ne? Also man muss den Kopf treffen, damit die umkippen. Das ist ja ein Schade für einen Dessen. Man kann nicht schießen, wenn man springt. Oder? Doch, kann man. Aber man kann den Dessen nicht anvisieren. Okay, cool. Das ist neus. Das gefällt mir. Dann nehme ich das zurück. Macht halt schon Sinn, dass man dann vielleicht nicht anvisieren kann. Waren das jetzt schon Druiden? Ne, ne? Ah, Mann. Weiß ich, wie vor zu setzen. Das ist 46 jetzt. Wow. Okay, das ist geil. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ja richtig cool. Also es ist quasi Waldbiom, aber wir haben... Es sieht einfach ganz anders aus. Sehr schön. Okay. Das, das... Also... Das feiere ich hart. Gibt es jetzt hier auch komplette andere Ressourcen? Das sind auch noch Schmerz-Faser. Nicht nass werden, sonst werden wir krank. Ah, das ist ja wieder so ein Ding, wo Wellen getriggert werden, oder? Oh nein, ich habe die Kletter-Pick nicht dabei. Aber ich kann trotzdem aktivieren. Okay. Ah, das war sogar der Richtige. Moment. Gibt es hier noch einen? Da oben ist noch einer. Oh Gott. Ja gut, da komme ich ja aktuell nicht hin. Kann ich da drauf schieben? Ah. Und zwar wieder der Richtige. Jetzt hoffe ich, dass es noch drei hier gibt. Das sieht gut aus. Ja, mal gucken, wir kriegen wahrscheinlich das wieder nach oben den Waffen, ne? Also ganz ehrlich, Leute, ich glaube, das Game wird richtig huge. Ich glaube, das werden viele abfeiern. Ich tue es auf jeden Fall jetzt schon. Okay. Was ist das? Die hier in Welt und wieder Bäume. Okay, ich rafle es aber noch nicht, was das hier macht. Keine Ahnung. Ging ja den Zuhause waff. Vielleicht ist es genau das, ne? Boah, dieses Sammeln. Uh, hält der viel aus. Ich weiß nicht, ob man Headshot ausgeweicht hätte. Gingen wir hier normales Holz? Jirien, hast du schon was aufgehoben? Wir sind Stöcke primitiv. Ich helfe dir mal ganz kurz. Ah, okay, sehr gut. Jetzt habe ich den Deathflow gemacht. Und man darf ja nicht vergessen, das ist jetzt ja Formus-Biom und es gibt ja noch andere Biom-Karten. Es gibt ja Wüste, hatten wir ja schon, Sumpf. Wenn die dann auch immer komplett anders aussehen. Okay, das ist einfach nur ein normales Holzbüro. Oh, hier sind wieder Bösewichte. Aber dann kriegen wir wieder grüne Essenzen. So cool wie die umfallen. Okay, Hammer nehmen. Einer der Typ, ne? Komplett am Eskalieren. Ich frage mich, ob es auch, wenn man richtig teilt das Parry, ob man vielleicht irgendwie die stackern kann. Die auch in anderen Spielen. Ja, sehr schön. Wieder grüne Essenzen. Okay, wir machen glaube ich jetzt wieder sehr viel Schaden, oder? Ihm testen. Ja, machen wir doch wieder ein Damage. Da ist der Essenzhändler. Das sind auch schon wieder Wildschweine. Adam. Zauber. Talisman des... Oh, wir haben schon 56 davon. Sehr cool. Dieser Talisman gewährt dem Träger die Chance auf eine Erhöhung des Materialertrags beim Ernten von Pflanzen. Dieser Talisman verhindert, dass der Träger beim Fischen hungrig oder müde wird. Was ist das bitte für ein lustiger Bonus, ey. So, hier kriegen wir mehr Resistenzen. Hier Ausdauereffizienz. Block-Effizienz. Ne Gießkanne. Da können wir die Erdenflora versorgen. Ne Siedlerkanne. Kochen. Da hat Keks. Überleben. Pflanzdruck. Uh, ja, den würde ich schon mal kaufen. Herstellen Verbesserungen. Einfaches Spinnrad. Genau, das brauchen wir. Steinmetzbank. Feuerschale. Hier werden da bestimmt wieder welche von den Romen. Ja, okay, dann können wir vielleicht ein paar grüne Essenzen einsammeln. Ich glaube übrigens, ich habe in dem Spiel noch nie so schönes Wasser gesehen. Oder? Fährt euch irgendein Game ein? Was so einen schönen Wellengang hat? Geht's mal ehrlich? Schreibt's mal in die Kommentare, ob es irgendein Game gibt, was da... Sieht krass aus, ey. Okay. Alter. Haben wir es jetzt langsam? Okay. So, Leute, wir machen nach Hause. Sie verlassen dabei diese Welt und haben möglicherweise keine Möglichkeit zur Rückkehr. Ja gut, aber ich soll ja nach Hause reisen. Ich muss ja jetzt dieses... Ich krieg Schaden. Dann stelle ich mich mal hier runter. Ach, von den Hagelkörnern oder was? Ich glaube, ich habe Schaden von den Hagelkörnern bekommen. So, Welt wird vorbereitet. Okay, alles klar. Oha, das wird sich so grün. Ach. Ach, erstmal ganz simpel. Jetzt würde ich gerne die Säulen testen. Hier geht nicht. Was ist, wenn ich das unten ansetze? Dann kann ich das hier so hochbauen. So, einer. Das ist echt... Ich mag das System, dass man irgendwie die ganzen Blueprints aneinandersetzt und dann kann mal hier alles auf einmal reinhauen. So. Ich mach erstmal die Base. Das ist so cool, oder? Überall diese Pfützen und so, die ich riesen Fan von. So, einer. So, Stöcke brauchen wir noch. Ah, das Dach ist schon fertig. Sehr gut. Das sieht aber gemütlich aus jetzt hier oben. Jetzt noch ein paar schöne Lichtquellen hier rein. So, sie sammelt auf jeden Fall die Steine auf. Das ist gerade aktiver. Hier ist ein blaues Symbol. Ausrüsten, übertragen. Ah, jetzt. Jetzt habe ich hier die Spitzer ausgerüstert. Okay. Na, kommst du jetzt auf den Stein? Yo. Das funktioniert, Leute. Okay. Das ist schon sehr interessant. Ich bin trotzdem, ich glaube trotzdem, die KI muss wahrscheinlich ein bisschen verfeinert werden. Dann wäre es auch cool, wenn man da Befehle geben könnte, direkt und so. Aber es funktioniert schon mal rudimentär. Das ist doch schon mal schön. So, gut, Leute. Jetzt hier los. Ich, ähm... Kartenhammer am Start. Ich will gerade, ob ich mal so einen hier angreife. Jetzt probieren wir es mal. Mal gucken, was passiert. Immun. Okay, never mind. Aber es scheint ihn auch nicht zu jucken. Ich finde die so toll, die Wesen, ey. So, wie ist der? Das geht, oder was? Oh, ich habe so Bock auf die Schleuder mit Doppel-Damage, ey. Dann wäre der jetzt einfach tot, ne? Na, Kollege? So, krass, wie es die umhaut. Man muss ein bisschen reinkommen in das Kampfsystem, auch mit dem Hammer und so. Das ist eine sehr langsame Waffe. So, jetzt kommen wir durch. Okay, Wüstengebiet machen wir jetzt mit Aquarischer Karte. Antiquarische Wüste. Da hinten wahrscheinlich... Da hinten ist Wasser, oder? Oder ist das Wiese? Was ist das hier? Normales Holz, oder? Wir müssen mal schauen, was der D-Buff ist, wenn es uns heiß ist. Was ist das da hinten? Die Bäume sehen ja schön aus, ey. Ich will mal gucken, ob die normales Holz bringen. Oder irgendwas anderes. Holzbündel, ganz normales Holzbündel sind das. Okay, das ist klar. Moment. Auch bei A hätte man aus dem jetzt trinken können. Wie? Äh! Was bist du? Mann, das ist... Mann, das ist... Ich halte aber nicht so viel aus. Und dann ist man es wahrscheinlich wie mit der Axt drauf fahren. Sieh'n hier wird's cool aus, ey. Huch! Äh, die Steinschotter hat er viel mehr Schaden gemacht. Oh, wir sehen die Fußspuren. Bin ich auch großer Fan von. So, den Hammer. Mal sehen, was die bringen, ey. Haben wir auch. Ja, Chitin. Käferklasse 1. Ey, das ist meiner. Sicherstufe 10 brauchen wir. Verdammt, hab ich nicht. Was die bringen? Die bringen halt auch Chitin-Safe. Okay. Warte, lass ich erst mal. Ich will nochmal... Ich weiß nicht, ob ich ihn attacken will. Oha! Okay, das ist auch ganz schön cool. Das ist ein Alien-Elefant. Ich glaube, das war drüber, oder? Oha! Das war aber jetzt... Ah, das war bestimmt ein Stealth-Schoß, oder? Yo! Krass! Ich hab einfach mal einen 10-fach-Multiplikator reingeballert, ey. Großartig. Ist die Frage, gibt's überhaupt einen falschen? Das ist schön. Ich merke das voll. Oha! Wuh! 28! Okay, wir haben jetzt schon genug, Leute. Für das Upgrade. Das fühlt sich so gut an. Also, ich sag's jetzt wahrscheinlich zum vierten Mal. Ich sag's jetzt einfach nicht. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ich sagen wollte, aber jetzt nicht sage, weil ich es nicht zu oft sagen will. Schön, wieder hier zu sein. Ich bin's ehrlich. So, guti. Dann lass uns das mal probieren. Ich wollte jetzt die Steinschleude upgraden, wenn ich darf. Distanzschaden geht hoch auf 144. Distanzwerdung verdoppelt sich auch. Das heißt, wir können wahrscheinlich dann doppelt so weit ballern, herstellen. Was geht's? Was kostet... Oh, der Streithammer kostet auch 40. Und so ein Bergmannspickel auch 40. Okay, ich lass mal die Steinschleude probieren. Haben wir die jetzt schon? Oh ja, und sie ist grün. Cool. Ich glaube, ich würde mal die Holzachst auf die nächste Stufe bringen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das sind ja voll die Primwaffen, ne? Wenn man dann irgendwie krassere Waffen freischaltet und so. Ich will mal eben gucken, ob der Dropdown jetzt wirklich niedriger ist. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Davor sind die Projektile nicht so weit geflogen. Also, sie fliegen jetzt wirklich doppelt so weit. Doppelt so viel Power. Voll gut, Mann. Ey. Okay, ich würde die Holzachst mal noch upgraden, weil die kann man auch ein bisschen im Kampf gebrauchen und gegen Bäume. Also, auf Bäume haut man echt lange. Los geht's. So, sieht die jetzt besser aus, die Holzachst? So, rein von der Optik sieht die... Ich weiß, es sieht halt irgendwie sauber aus. Ich habe darauf nicht davor geachtet. Ey, ich muss aber auch sagen, hier, die Steinschleude, irgendwie sieht die jetzt besser aus. Aber vielleicht bilde ich es mir auch ein. Ich habe das Gefühl, dass das Holz und alles das jetzt jetzt und auch der Faden, der Gummi... Irgendwie sieht das jetzt hochwertiger aus. Ey. Die sind one-hit. Das war nicht mein Headshot. Sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, die Steinschleude fühlt sich echt gut an. Die macht Spaß. Da muss ich ein bisschen dran gewöhnen. Auch die Axt fühlt sich gut an. Ich weiß, es ist eine Holzwelle-Axt, aber sie macht halt Spaß irgendwie. Oh, ich mag das Kampfsystem, ey. Das Ding ist theoretisch, könnte man ja auch auf der Welt einfach eine Base aufschlagen. Da auf der Insel hinten ist was. Tier 1 Forest Wood. Moment, das ist aber besser. Hier steht Kraft 10%, Block-Effizienz 5%. Alter, okay. Also wenn wir hier raus ein Item craften, kriegen wir noch diese Modifikatoren dazu. Mal gucken, wie krass jetzt noch der Dropdown ist. Ich würde mal schätzen, so ungefähr. Aber leider kein Headshot. Die bewegen sich noch ein bisschen. Nicht nachvollziehbar, leider. So ein bisschen abgehackt. Krass, der ist immer noch an mir dran. So, noch einer. Was tut mir denn? So, probieren wir es. Die hier wollte ich reinhauen. Dragon Sword Card, oder? Ne, Synth Veil. Moment, ich schaue nochmal. Weltenkarten. Synth Veil ist das, dass wir schneller sind, ne? Nein, das. Anwenden. Okay. Das war jetzt nochmal deutlich ewiger, als ich erwartet habe. Krass, hier wird jetzt ummodifiziert, die komplette Map, wie es aussieht. Hä, der Himmel hat sich auch verändert, oder? Okay, was haben wir jetzt hier für Boni? Bewegungstempo wird durch eine aktive Wettenkarte leicht erhöht. Postereffizienz wird auch leicht erhöht. Und Sprunggeschwindigkeit. Oha. Jo, merkt mal. Ist das cool, Mann. Ist das cool, Alter. Und das sind ja Rang Null-Karten. Wahrscheinlich gibt es dann auch viel mächtigere, die das viel mehr pushen und so. Und dann kann man wirklich sich die Welt bauen, wie sie einem gefällt, ne? Ist das cool, Mann. So, Leute. Schreibt mir bitte echt mal, wie ihr das Spiel bisher so findet. Bin ich irgendwie overhyped, was das Game angeht? Oder flecht euch das Game in diesem Zustand auch schon irgendwie so ein bisschen? Und lasst auf jeden Fall einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und genauso auch mal der Call an dieser Stelle. Abonnieren, bei mir ist kostenlos. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, pusht ihr auch die Chance, dass euch mein nächstes Video angezeigt wird. Alles klar. Dann bis zum nächsten Video oder vielleicht auch im nächsten Nightingale Livestream. Ich werde oben den Kommentar anpinnen und dort dann eintragen, ab wann ich das Spiel Livestream darf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut, ne? Euer Beam. Tschüssi. ? Tschüssi.